Mein Name ist Heidi Berger und ich bin Geschäftsführerin der ODA Gesundheit Zürich. Vom Berufsabschluss für Erwachsene profitieren vor allem die Personen, die einen anerkannten Abschluss machen, aber auch die Unternehmen. Für einen Betrieb lohnt es sich, weil es die Arbeitsqualität erhöht. Es gibt in Suisse ungefähr 250 professionelle Formationen. Als Adultes habt ihr auch die Möglichkeit, ein Certificat fédéral de Capacité, CFC, oder eine Attestation fédérale de Formation professionelle, AFP, in der profession de votre choix. Ein Berufsabschluss für Erwachsene ist vor allem ein wertvoller Schritt für die Integration und die Anerkennung in der Gesellschaft.